So einen auch gefahren, ne? Nö, äh doch, lege ich doch, ja. Ja, Jeyratt hat da jetzt so ich. Hätte ich Mana, würde ich den das noch prüllen, hab ich leider nicht. Nö, hätte ich Mana, würde ich weiter prüllen. Ja, mich auch. Wo hätten wir jetzt ein Ding anders werfen können? Keine Ahnung, Gras. Äh, Mana? Nice. Alter, der stirbt. Naja, irgendwie nicht. Hab mir die OT als stärker vorgestellt. Wach sein klein. Die macht keinen Schaden, also nicht wirklich die OT. Naja, immerhin 200 und da hat er eigentlich nichts mehr. Ja, gut. Guilty ist vor allem geil, um Ziele aufzuweichen und sich selbst zu stärken. Soll ich das denn? Äh, ich hab jetzt... Hiiii. Soll ich... ...übelst zur Sorte gesloot bin, Alter, leck mich doch am Arsch. Na, ich hab den Anhänger jetzt. Net. Soll ich doch auch ein bisschen... ...haltung geben in diesem Fall, oder? Also, das ist so ein Gräser. Nice, nice. Ja, ja, ja. Die sind aber echt alle nach Maeves Leben trachten. Ja. Ja. Schon, ne? Braucht man schon dabei. Ich halte das schon wieder. Da wird, äh, das ist Kudown Reduction alles. Ja, ich hab mich jetzt selbst eben. Ich hätte mir gleich gedacht schon. Und noch ein Mal, ne? Na, was für ein gutes Maeve, dem gibt's noch eine Kudown Reduction. Ja. Ja, das Glück des Todes für uns. Zum Beispiel. Na, aber nicht für den Warker. Ähm. Ja, kauf dir noch dieses eine. Seelenschleier oder so. Seelenschleier oder so. Ja, genau. Seelenschleier. Bringt 520 Leben und 25% Cooldown Reduction. Da hab ich 35 und das ist ganz schön gut. Ja, 40 ist max. Von daher. 3? Den hab ich aber. Ja. Ja. Der lebt doch. Aber ich hab ihn gepullt. Der lebt doch nicht. Oh. Hat jetzt nicht so viel geholfen. Ich stand hier im Tower. Da hatte ich irgendwie einen Stun drin. Nur wer kann denn von den... Na, der war weg. Stimmt. Der lebt doch nicht. Ja. Der lebt doch nicht. Ich bin bei dir. Der lebt doch nicht. Es war dann meine Warker-Bilder. Warker, warker, bevor er es nicht. sich müsern mit. Oh, ich spiele auch mit meinem Mage-Wooden-Build sehe ich gerade, deswegen bin ich nicht so tanky Ich habe gleich alle Agro rein Ich lebe Demo nun nicht mehr Und ich lebe immer noch Kann ich nicht wieder pullen, kann ich nicht wieder pullen, kann ich nicht wieder pullen So, ah, war ich kann ein Ultima Dann wird er mich Für die Bunker Oh 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 Nein Ah, bin ich doch noch gestorben Ah, ich wollte die Schatten her Ja So, Frosthammer fertig Nice Oh, sie gehen in die Offensive über und ziehen sich direkt wieder zurück Geh da nochmal in die Ulti rein Oh, oh, nice Boah Ah Was war das ein Glitch? Habt ihr das gesehen? Er hat sein Schutschill vom höchsten gestillt Er hat das Schutschill, das hat geblockt Das macht nur noch keinen 1002 Schaden weg Naja, er hatte bestimmt noch 200 HP oder so Naja, er hatte bestimmt noch 200 HP oder so 100 HP Block ist bestimmt, wenn er es hochgeskillt hat Achja, so ne Soraka ist schon was tolles Gleich wieder voll HP In diesem Game passiert echt nichts Ich kann ein... Wir haben ein... So übles Tankteam als Gegner Spielt denn gegen uns? Kann das sein? Nein Wenn das was erwarten könnte LOL, jetzt hat mich Chuck gefress Ich lebe noch Nein, der spielt nicht gegen dich Nein, der spielt nicht gegen dich Ich hab euch Oh, 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 oh Wir haben halt einen Account Ich kann noch nicht gucken Oh, jetzt hab ich Jay Mana gegeben Nein, wir sind nur 4 Ja, ich kann aber Selbstverständlich Ja, ich kann aber Schleuze eigentlich nicht auszuhören Lassen sich aber nicht nur den Verstand zurück Ja, aber wir können halt die die ganze Zeit aus dem Tower-Fold irgendwie Ja, was? Weil wir wechseln uns einfach ab mit dem Tower-Tank So, wir bleiben einfach da hinten Spiel, Alter, hat ihn dann getötet getötet Geht? Schlepen wir alle? Sauber Kompline Eigentlich ist unser Team-Set-Up gar nicht so ganz sehr Ziemann Wir haben hier Schliebe Guck dir den Mund, äh, der war vegan. Ja man, ich renne da gleich rein, wenn der mich geheilt hat. Oh nein! Nein! Boah, ich bin so tot. Ich bin nicht. Boah, Double Kill. Wie hat der mich denn noch gekillt? Ne, doch kein Double Kill. Boah, einer. Naja, jetzt mag ich jetzt ihn bitte kaufen. Ist der Kassa eigentlich gerade gestorben? Weil der stand da ja mit quasi 0 HP vorhin rum. So, hab halt nen Dornenpanzer. Jetzt kommt Fähigkeitstärke dran. Und nen Dornenpanzer wollte ich nicht gegen den Gangplank unter. LOL. Der Gangplank kauft sich erstmal gleich Stärke rein. Ich kann ihn nicht. Äh, Clans ist im Early verdammt stark auf Gangplank. Na, da hat sich aber erst, äh, Eifer und, äh, Vegas gekauft. Von daher. Naja, okay, da ist es. Das war dieser Slow, Alter. Der kommt nicht weg. Die Weile des Todes. Yeah, ich renne hier drinnen rum. Ich renne hier drinnen rum. Wuhu. Der hat mich nicht getroffen. Ich renne hier drinnen rum. Ich renne hier drinnen rum. Aber hier hat mich nicht getroffen. Man hat mich geloaded geloaded. Und... Alter, du so... Porno... Ich find's endlustig, alter... Ich find's endlustig, alter... Ich find's endlustig, alter... Warte, ich hab dich überhaupt schon einschaden und dann... Oha... Alter... Endlustig! Hahahaha... Endlustig! Haha... Nice... Hier, ich tänke euch mal den Power-Rot... So, jetzt muss ich leider rausgehen... Nice... Geht da weg, alter, von meinem... Oh, nee... Schloch... Alter, ihr gebt einfach erst in den Tower... Und... Ihr sterbt... Hahaha... Ihr müsst da warten... Hier tankt mit Dorakar, alter... Ich... Nein... Ich... Ich... Ich tank schon die ganze Zeit irgendwie... Keiner... Na, ich tank auch ab und zu mal... Ja... Ich hab' ihn gedenkt... Wir haben alle getankt... Ja... Ganz normal... Und dann hab' ich übernommen... Ein... Troll... Das ist eigentlich auch richtig geil... Dadurch dass du so'n heal hast... Na... wenn immer, wenn was...